so herzlich willkommen zurück und wir machen auch direkt weiter und los geht's wir haben keine informativen, die wir rauskommen, ist das die Frau? ich bin sorry, wenn du etwas hast sie kann gehen oh, ich bin sorry ist sie? das ist ein Schmerz er ist wirklich ein Schmerz er ist wirklich ein Schmerz ja, es regnet, es ist kalt, ja, ich weiß so, äh, boah, ich mag das mit der Kamera hier irgendwie nicht okay, wir versuchen jetzt da rein zu gehen die Kondenser ist in der unteren Basis wir müssen die Kontroll-Rumme finden das ist alles, sie können mir sagen Jodie die Entenungen rund der Rift sind nicht wie Iden sie sind aus der anderen Seite wir wissen fast nichts über sie ich lebe mit einer Entenung, die ich nichts über wusste seit dem Tag ich geboren wurde ich verstehe nicht mehr, ich planze nicht, dass ich heute sterbe okay, wir müssen hier in Pelle rein das ist schon mal die Sache, äh, das feststeht wir müssen da rein okay, dann gehen wir mal kannst du nicht irgendwie auch rennen boah, ich mag das mit der Kamera nicht ich bin so oft mit dem Piss hier ist so ein gutes Spiel oh, oh, alles voller Blut hier okay okay, der Pepp steckt fest okay, warte mal hm, den unten bewegen lass das funktionieren warte mal, warte mal wo steckt der denn? so unten okay, das ist ja okay, das ist ja funktionieren die wir müssen jeden fall da rein jetzt schon mal nicht erschrecken müssen also blut am arsch habe ich nicht okay jetzt achte dass es wieder dendris okay come on let's go and power my own Oh Gott, ich hätte auch keinen Lust da runter. Oh, ich hasse das mit der Kamera. Hm, okay. Über Leichen. Warte, ich kann mich nicht umdrehen. Okay. Ich kann auch nicht mal telepathische Kräfte. Ähm, jetzt komme ich da nicht raus. Okay, rein, okay, alles klar. So, muss ich mit den Aiden da rein oder was? Alles klar. Was sind wir denn da? Was sind wir denn hier? Äh, ich komme nicht da ran. So, was sind wir denn hier? Erstmal nach oben. Erstmal nach oben. Okay. War das direkt der richtige Schalter. Ich weiß. Ich kann es auch fühlen. Sie sind hier. Bleib bei mir, okay? Ja, ja, alles klar. Über Leichen. So, das muss ich dann noch hoch. Ja. Okay. Eine dunkle Miniterie. Ja. Ja, würde mich schon schaffen hier. muss hier also doch mal hallo geht das jetzt nicht mehr wird alles klar müsste es eigentlich sonst wie heiß sein eigentlich alles klar ziemlich umheimlich so einmal so was ist da bloß geschehen ja ist endlich spart ja ist endlich spart so ist ja so machen genau so ist ja so komme ich nicht dadurch ich jetzt klacksen ich wollte schon sagen Okay, krass. Jetzt noch nicht bleibe ich am Leben. So beruf ich ihn jeden. Da ist was am Lütt. Sorry Leute, ich muss grad niesen. So. Das ist ja mal mega grasse. Hier ist ja irgendwo die Feuerlöcher. Ja genau. So, was haben wir da noch? Ich noch was. Okay, alles klar. Hier nehme ich den Feuerlöcher. Ja, ich hoffe nicht so wie wir es vorstellen. Ziemlich krass. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn muss. Da lebt doch noch einer. Oh. Ich bin nicht alleine. Wir haben immer nur die Todesendung geschehen. Gehe, du kleine Scheiße! Gehe! Ach, du Scheiße. Gehe, du scheiße. Alles klar. Ah, Mist. Alter, ich will jetzt. Das ist gar nicht so einfach. Warte mal, die falsche Richtung. Die kann man definitiv, so wie es aussieht, nicht aufhalten. Oh, oh, oh. So, die funktionieren normal. Ach so, einfach nur gedrückt halten, alles klar. So, wo müssen wir jetzt hin? Die ist fertig mit der Welt. Das ist wichtig. was die steuerung bekloppt alles klar muss schon da lang gehen wie ich da haben will ich versuche mir den Weg zu versperren das ist gar nicht so einfach aber ich würde dann sagen dann ist hier auch erstmal die folge beendet und ich würde sagen bis da ciao